Hey Freunde und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 52, 52 müsste es sein. So, ich habe gestern, ich habe ja gesagt, ich habe noch Urlaub und da nehme ich gleich ein bisschen mehr auf. Und ich habe auch gleich ein bisschen mehr aufgenommen, um genau zu sein. Ich habe gestern 6 Stunden Minecraft aufgenommen, ja, über 6 Stunden Minecraft aufgenommen. Jetzt bin ich heute schon wieder fleißig am Schneiden und am Rendern und allem, weil wir haben, naja, die Festplatte ist voll. Wir haben jetzt, ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Folgen habe ich schon fertig geschnitten. 15, 16 Minuten in der Drehung. Und ja, die Festplatte wird nicht leerer und wird nicht leerer. Wir haben jetzt immer noch, naja, knapp 600 GB auf der Festplatte drauf, die zum Schneiden und zum Rendern sind. Dann natürlich, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt die Folgen zu Ende schneiden. Ich schaue, wie weit ich zuviel komme mit den Folgen. Ich habe ja gesagt, wenn ich Urlaub habe, nehme ich jetzt wirklich mal ein bisschen mehr auf, wo ich auch Zeit habe. Weil ich oft nicht genug Zeit habe, um wirklich mal eine Aufnahme wirklich durchzuziehen. Ich habe viele Aufnahmen jetzt gehabt, wo ich nur eine Stunde oder anderthalb aufnehmen konnte und dann wieder abbrechen musste, weil ich die Zeit gefehlt hat. Jetzt habe ich wirklich mal am Stück durchgezogen, habe Projekte abgeschlossen. Also ich habe irgendwo hier, ihr kennt ja meine Zettel, ich habe ja mal meine Ideen zusammengeschrieben, die ich hatte. Und man sieht es schon, es ist ziemlich viel mittlerweile durchgestrichen. Also ich gehe mal da her. Also man sieht, es ist schon ein Haufen durchgestrichen und abgearbeitet worden in meiner Ideenliste. Manche Ideen sind mir gestern auch noch gekommen, wo ich dann noch gemacht habe. Oder manche Sachen, die mich ein bisschen genervt haben an der Welt. Wie zum Beispiel die Farben. Die Farben, dass die Tiere immer ausbrechen. Da haben wir jetzt ein bisschen was anderes gemacht und ich finde, es hat ganz, schaut ganz gut aus. Wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben was Automatisches versucht zu bauen. So ganz ausgereift ist es noch nicht, so wie es ausschaut. Das müssen wir nochmal gucken vielleicht. Wie gesagt, bei Folge 500 wird ja bei Minecraft Schluss sein. Also es wird nicht gelöscht oder sowas. Gleich, das habe ich jetzt auch in der Aufnahme nochmal angesprochen und bin etwas genauer drauf eingegangen. Und das verspreche ich euch auf jeden Fall. Das Let's Play Minecraft wird nur eingefroren. Das heißt, es wird einfach pausiert. Es wird weitergehen. Ich werde mal meinen Zettelkram aufheben. Beziehungsweise alles nochmal in den Computer eintippen. Und ich brauche halt auf der einen Seite mal ein bisschen, mir gehen langsam die Ideen aus, was wir bauen können. So eine kleine Kreativitätspause. Oft fällt mir dann schon nochmal was ein. Aber es sind halt Sachen, die mir dann einfallen, wo ich denke, Megaprojekt. Großes Projekt, wo du auch nicht dauerhaft dran sitzen kannst. Weil man auch mal irgendwas anderes machen muss zwischenzeitlich. Weil sonst wird es zu eintönig auf der einen Seite für sich selbst und auch zum Zuschauen. Ich habe zum Beispiel gestern genutzt, mit dem Strand zu bauen. Und habe da ein bisschen geregelt mit. Habe gerade meine Lampe angeschlagen. Meine Lampe. Habe ein bisschen genutzt, die Zeit, in der ich ein bisschen den Strand aufgebaut habe, zu reden. Wenn wir das fertig geschnitten haben, werde ich schauen, dass ich noch circa bis Folge 500 aufnehme. Also auch möglich schaue, dass ich Folge 500 treffe. Und wenn nicht, machen wir Folge 500 einfach ein bisschen länger. Naja, das soll sowieso so ein Abschieds-Special anfangen. Es soll ein Special werden mit, wo wir ein bisschen Abschied nehmen erst einmal von Minecraft. Es wird im Laufe der Zeit weitergehen, das ist das Let's Play Minecraft. Es wird ja auch nicht komplett Minecraft gehen, bei meinem Channel. Es wird nur ersetzt durch eine andere Art von Minecraft. Es ist ja jetzt dann, sobald wir hier mit Folge 500 erreicht haben, wird Tech World starten als Let's Play. Und Tech World 2, um genau zu sein, von Feed the Beast. Das wird ein etwas anderes Projekt sein, wo ich nicht unbedingt, wie in dem Projekt, bin ich jetzt, sagen wir mal, zu 90% der Zeit doch alleine. Das Feed the Beast wird ein Projekt sein, wo ich nicht nur alleine sein werde. Es wird ein LPT, in Anführungszeichen. Also ich möchte gleich mal vorwarnen, ich werde es natürlich nochmal ansprechen, wenn es soweit ist. Es wird ein LPT, in Anführungszeichen, aber auch gleichzeitig mit einem LP, kommt auch immer drauf an, wer auf dem Server ist. Da ich ja jetzt mich immer wieder inzwischenzeitlich mal mit Passervoren beschäftigt habe. Ich habe jetzt meinen TTT-Server und meinen Teamspeak-Server. Wie gesagt, die könnt ihr immer gerne mit nutzen, meinen Teamspeak-Server. Solange ihr euch ein bisschen anständig verhaltet, dürft ihr ihn nutzen. Wenn ihr nur rumraged und euch aufführt wie sonst was, dann kriegt ihr einen Bann. Ich zögere mich, ich zögere nicht lange, habe ich festgestellt in letzter Zeit, mit den Servern Leute zu bannen. Also es kommt halt darauf an, wenn jetzt einer... Es gibt noch andere Admin-Rechte, zum Beispiel auf dem TTT-Server, als Bann. So. Ich hatte zum Beispiel Zavis, auch ehrlich gesagt, ich hatte ein paar Kiddies auf dem Server, die sich aufführt haben, wirklich wie der letzte Dreck. Die habe ich ohne zu zögern gebannt. Und ja, es ist schließlich mein Server. Wenn ich auf meinen Server komme, möchte ich nicht, Ey, du Arschloch ab, wir zocken gerade nicht unter mir. So was geht auf keinen Fall. Der Bann ich, so ohne zu zögern, Bann ich da. Also nur das Vorwarnung für jeden, der mal auf meinen Server kommen möchte. Ähm, dann. Minecraft wieder zurück zu Minecraft. Hier, ich schneide fleißig und renne fleißig. Das wird jetzt schon ein, zwei Tage dauern, bis ich das abgearbeitet habe. Vielleicht werde ich sogar sagen, ich lasse das aber auf der Festplatte. Weil ich habe jetzt die letzten paar Tage Urlaub. Jetzt kann ich noch ein Endspurt geben. Meining of Isaac muss ich, muss ich aufnehmen. Hier fehlen noch ein paar Kreuze auf meiner Liste, die ich brauche. Ich habe es probiert, ich habe es probiert, ich habe es probiert. Fünf oder sechs Runs. Hintereinander weg. Und dann hatte ich so einen Hals und habe gesagt, Wollte meinen Controller fressen. Und ja, was soll man machen? Heute übrigens nicht mit Kaffee, sondern es mal mit einem Tee. Pfeffermannstee. Kann man ja nicht immer nur Kaffee zu sich nehmen. Also, ich habe schon vier Kaffee getrunken, aber ich brauche mal was anderes. So. Ja. Minecraft ist halt so ein Projekt an sich, wo man immer nur Neues bauen kann. Oder Sachen umbauen kann. Und mit der Zeit wiederholt sich halt irgendwie immer alles. Ich habe jetzt ein paar automatische Dinge gebaut. Also ein automatisches Ding gebaut. Habe manche Sachen ein bisschen überarbeitet. Ein bisschen überarbeitet. Habe manche Projekte abgeschlossen. Ein paar Projekte habe ich abgeschlossen, die ich abschließen musste, wollte. Ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, wenn ich was anfange, auch YouTube-mäßig, dass ich es zu Ende bringe. Also eigentlich nur YouTube-mäßig, sonst bringe ich es eigentlich immer alles zu Ende. Anfang auch bis zu Ende bringe. Weil mir kommt es halt immer so vor in der Aufnahme, ich nehme das ja alles an einem Stück auf. Und denke mir, du kannst ja nicht immer nur da dran sitzen, musst du mal was anderes machen. Aber das ist halt so mein Gedanke immer. Weil ich euch auch mit Abwechslung bieten möchte. Daher habe ich mir vorgenommen, weil für euch sind das ja Folgen. Immer nur für so 15 Minuten Folgen. Das heißt, ihr habt von Haus aus ein bisschen Abwechslung drin. Weil es ja nur 15 Minuten Folgen sind. Und nicht wie ich zwei Stunden am Stück ist. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich Projekte zu Ende bringe, schnell. Wie zum Beispiel hier läuft gerade ein Umbauprojekt, hier beim Schneiden, gerade. Das habe ich eigentlich auch angefangen und sofort zu Ende gebracht. Ja, das ist jetzt so mein Plan gewesen für Minecraft. Wollte anfangen und zu Ende bringen. Und angefangene Projekte auch langsam zu Ende zu bringen. Wir haben jetzt, es sind nur noch ein paar Großprojekte, es sind eigentlich nur noch Großprojekte, die offen sind. Das wäre einmal der Strand zu Ende bauen. Also wir haben in der Aufnahme schon Sand hingelegt. Auf OS-Horse-Converter funktioniert ein Server, funktioniert nicht mehr. Okay, dann muss ich es nochmal. Ja, ich habe eine Fehlermeldung, das dauert immer ein bisschen bis zu late. Es sind jetzt halt nur noch so ein paar Sachen für ein paar Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, so Einzelprojekte in einem Großprojekt drin. Der Strand, da liegt schon ein Großteil Sand. Nur noch ein bisschen ab in die Wüste, ein bisschen Sand holen und noch mehr hinschmeißen, dann passt das. Das Dorf muss ich weiter bauen. Und ich hatte noch ein Baumhaus geplant. Also ein Baumhaus, ein größeres Haus im Baum. Im Jumilwald, wo die Schienen laufen zum Beispiel, hatte ich das geplant. Aber ich muss ehrlich sagen, so wirklich geschafft habe ich es. Ich habe noch nicht mal angefangen. Es ist noch ein kompletten, offenstehendes Projekt, wo noch nichts passiert ist. Und ich hoffe, dass wir das auch noch, ja, das werden wir nicht mehr bis 500 schaffen, aber dann ist das für die Zukunft geplant. Es wird ja noch viele Projekte geben. Mit den Projekten, wie ich jetzt hier so bin, die ich jetzt habe, habe ich auch gestern mit angesprochen, schaffe ich nicht. Tausend Folgen oder sowas. Habe ich gesagt, solange ich noch Ideen habe, so ein paar Ideen habe, möchte ich es zum Abschluss bringen. Die Ideen kann ich ja für die Zukunft mitnehmen, für wenn es weitergeht. Und die werde ich auch mitnehmen. Bis dahin sind mir auch bestimmt neue Ideen eingefallen. Wir haben ja noch eine Idee, steht hier gar nicht drauf. Ich schreibe sie gleich mal auf. Ich habe ja auch eine Ideen hier noch aufgelistet und aufgeschrieben, die mir schon ein bisschen noch einige Folgen bescheren werden, weil irgendwann wenn du noch rumläufst, finde ich, wird es auch so als Zuschauer langweilig. Und auch für mich selbst, weil Minecraft ist eigentlich ein Spiel, wo du viel baust und nicht unbedingt immer nur rumläufst, das auslöst, das machst, das machst und sowas. Ein paar Ideen, mir ist gerade wieder was eingefallen. Ein paar Ideen habe ich noch. Wenn du immer so nachwirkend darüber denkst, was du noch machen kannst. Ich schreibe mir nur so stichpunktartig auf. Ja, zurückholen ist jetzt auch wurscht. Das ist immer nur so stichpunktartig. Meine Sauklaue kann eh niemand lesen. Das werde ich heute nochmal überarbeiten. Wir werden schneiden. Schneide, schneide, schneide. Weil Ningum hat mich mal gefragt, wie weit ich immer aufnehme. Es kommt schon immer drauf an, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe immer 8, 6 Stunden oder ich habe immer 4, 5 Stunden Zeit, dann nehme ich auch 4, 5 Stunden am Stück auf. Vor allem bei sowas ist das, bei dem Minecraft LP ist es eigentlich ganz gut, wenn man mal am Stück aufnehmen kann, weil dann verliert man nicht so den Faden zur letzten Aufnahme. No, Stück auf. Wenn ich jetzt einmal in der Woche immer nur für die nächste Woche aufnehme. Dann muss ich sagen, komme ich persönlich nicht so weit, als wenn ich jetzt sage, ich nehme 2 Stunden auf am Stück. Dann muss ich erstmal wieder. Wobei, das habe ich irgendwas vergessen. Und ich kann natürlich immer aufschreiben, immer aufschreiben, immer aufschreiben. Aber ich finde, wenn es dann noch so im Kopf ist und die Idee, wie man es umsetzen wollte, wie man es bauen wollte, ist es besser. Und ja, weil, Ningo, ich bin jetzt irgendwo bei Folge 442 zum Schneiden, weil er hat er mich mal gefragt gehabt. Und aktuell ist, wo bin ich, wo ist das Häkchen drin, 418. Also wir haben schon ein bisschen im Voraus aufgenommen und geschnitten. Ich werde auch weiterkommen. Ich schätze mal 460 und irgend so was in den Dreh rum, während ich schneide, werde ich schon haben. Und bei solchen Sachen ist es halt angebracht, wenn du Urlaub hast, äh, wenn ich Urlaub habe, dass ich aufnehme. Wie zum Beispiel sind hier hinten 3 Spiele noch mit dabei, die ich mit aufnehmen möchte. Die werde ich voraussichtlich aufnehmen. Komplett aufnehmen, entweder auf einen Anlauf oder zwei Anläufe, eine oder zwei Aufnahmen. Werden aber jetzt halt nicht unbedingt sofort auf und zu hochgeladen. Die, so wollte ich mal aufheben für später, wenn ich mal gerade wirklich sage, ich habe kein Spiel, wo sich gerade sagt, das würde sich rentieren oder irgend so was, wo ich sage, ja, es ist einfach gerade nichts da zum Spielen. Möchte ich die einfach mal auf der Platte haben. So als Puffer. So als Puffer, wenn mal nichts da ist. Und, ähm, andere Projekte, wie zum Beispiel TTT, den Server habe ich ja extra für so ein Projekt erstellt. Genauso wie und meinen Teamspeak-Server habe ich für solche Projekte heute, habe ich erstellt, habe ich mich mal drüber gesetzt und sonst hat Teamspeak-Server über meinen Rechner laufen lassen. Also wirklich sind auch im Normalfall immer online, bis auf Edge, zum Beispiel der TTT-Server ist nicht online, weil ich, ich habe es vergessen, ihn einzuschalten, zu starten. Ähm, und wie jeder für auch, der auf meinen TTT-Server kommt, ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein großer Hoster wie Nitrado. TTT lädt an sich ziemlich lange. Die Maps sind auch oft groß. Also wenn ihr mal so an Ladebaden kommt, verlasst nicht unbedingt gleich wieder den Teamspeak. Ihr müsst einmal auf den Server kommen im Grunde und dann öffnet sich so ein Begrüßungsfenster. Da steht ein Link drin, den könnt ihr kopieren. Das ist ein Google-Document. Den müsst ihr bei, äh, tut ihr in euren, äh, Explorer oben einfügen, also Internet Explorer, äh, Google Chrome oder sowas in unseren, eurem Browser tut ihr den einfügen. Und da sind sämtliche Links von den Maps, die auf dem Server laufen, als, äh, äh, von Steam drin. Also ihr müsst den Link anklicken, bei Steam einfügen oder einfach nur den Link anklicken und dann die Mail herunterladen. Dann müsst ihr nochmal Gäris Mod aufmachen, dann lädt ihr die ganzen Addons runter und implementiert die ins Spiel. Das heißt, ihr fügt sie ins Spiel ein. Und dann könnt ihr ja jede Welt auf meinem Server spielen, problemlos. Habe ich kein Problem damit. Ähm, hier habe ich mich hingesetzt, hat halt eine halbe Stunde Arbeit gekostet und habe mir die Links alle zusammengesucht und das Google-Dokument geschrieben. Google-Dokument kann ohne Anmeldung, ohne alles, ihr habt Zugriff drauf, das ist freigegeben. Gut. Das war eigentlich das zum TTT-Server, zu neuen Projekten. Äh, ihr wisst ja, ich rede ja auch gerne ein bisschen mit euch und auch so ein bisschen, auch wenn es dann mal nicht unbedingt so ist, ähm, setze ich, ich setze mich trotzdem gerne her. Ich habe mir mal Twitch angeschaut, also Twitch, ob ich, äh, vielleicht, ähm, mal Livestreams mache, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass großartig, viele, oder dass überhaupt jemand bei mir bei Twitch schauen wird. So, ja, bei Twitch wird natürlich dann, ist die Sache, werde ich es nicht großartig momentan in Betracht ziehen. Wie, äh, wenn es sich mal gewünscht wird, kann ich es schon mal machen, aber dann wird es eher so eine Gesprächsrunde sein, wie hier. Äh, und, schauen wir mal. Weil, wenn ich das im Spiel mache, müsste ich nebenbei mit aufnehmen und nochmal gucken. Also, momentan eher nicht, eher nicht in Betracht gezogen. Wir haben noch ein bisschen vorher geplant und alles, das wird noch ein bisschen zu tun sein. In Minecraft auch, wenn Stopp ist, werde ich vielleicht dann mal schauen. Vielleicht habe ich ab und zu mal viel Lust und wir werden ein bisschen aufnehmen und schon was und ein bisschen voraufnehmen immer. Aber für manche Sachen, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich auf. Wenn ich keine Zeit habe und ich aufnehmen müsste, ist es immer blöd. Ist immer scheiße. So, da bin ich auch schon wieder. Mir ist gerade was runtergefallen. Ähm, ja. Eigentlich gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Nur noch, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ich werde euch noch ein bisschen begleiten für meine Zuschauer, die ich habe. Für meine paar Zuschauer, die ich habe. Ihr werdet mich nicht allzu schnell loswerden, das verspreche ich euch. Ich werde auch schauen, dass ich mit dem Mikro hier ein bisschen, ähm, umbauen kann. Also, ich habe nur so ein Gelenkarmstativ gesehen. Den kannst du so, tust du da ran, an den Tisch festschrauben. Dann kannst du es hin und weg ziehen. Weil, äh, momentan sitze ich so, so ein bisschen gekrümmt davor, damit ich halt auch ein bisschen rede, weil das einfach nicht hoch genug ist. Ich habe auch nichts gesehen, wo ich irgendwie eine Stange, wo ich das ein bisschen verlängern kann. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nichts gesehen. Vor allem das Problem ist, wenn ich es verlängere, es ist noch mehr im Bildschirm drin. Gerade aktuell, mir wäre es am liebsten, wenn es irgendwo so an der Seite wäre, oder hier an der Seite, irgendwo an der Seite wäre, dass ich auch meinen Blick auf den Bildschirm habe. Momentan muss ich wirklich so ein bisschen gekrümmt davor setzen, weil es einfach zu niedrig ist. Ich habe noch nichts auch probiert, wenn ich es höher mache. Das Problem ist, ich habe wieder nicht mehr so viel vom Bildschirm. Es ist halt, und ich habe schon so Gelenkarmstativ herausgesucht. Und ich muss ehrlich sagen, Respekt, warum sind die so fucking teuer, Mann? Die sind wirklich teuer, wenn du denkst, es ist eigentlich nichts dran, außer zwei Federn und so zwei Dinger. Es ist, wo da der Preis oft herkommt, das verstehe ich nicht. Entweder, weil es wirklich sagt, es ist, keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, woher der Preis kommt. Deswegen brauche ich selber zusammen für 20 Euro, wenn ich die Zeit hätte. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist, mir derzeit. Gut. Großen und Grenzen würde ich sagen, das war es bis jetzt. Ich schaue mal auch immer ein bisschen, dass ich eine Webseite oder sowas erstelle, wenn ich mal wieder Zeit habe im nächsten Urlaub. Oder vielleicht auch jetzt noch so nebenbei. Es ist halt viel zu tun, immer so. Ich habe hier noch meinen Abschnack, den müsste ich mal ausmissen und aufräumen. Das ist alles noch. Ich habe hier eine Nervensäge mit dabei. Sag mal Hallo, Miet. Sag mal Hallo, willst du nicht? Okay, will sie nicht. Eine kleine Nervensäge habe ich dabei, die auch immer dabei sein will. Okay, will auch immer bei allem dabei sein. Und ja, ich bin froh, dass es so im Großen und Ganzen mal alles ein bisschen beruhigt hat und ich mich auch mal auf die faule Haut setzen kann. Deswegen ist auch mal schön, haben wir mal so ein Stündchen nichts zu tun. Ich rede schon wieder viel zu viel und viel zu lange. Das wird ein langer Vlog. Nützt man es nicht böse, wenn ich ja mal wirklich mehr rede und erzähle. Aber ich würde sagen, das war es jetzt auch. Wir sehen uns. Habt noch viel Spaß. Und Tschüssi Li. Ich würde sagen, ja. Tschüssi Li. Vielen Dank.